Servus liebe Trader, im letzten Video habe ich euch gezeigt wie ihr mit der Trendstärke sogenannte Momentum Stocks finden könnt, bei denen jetzt gerade bestimmte positive Nachrichten für Aufwärtsbewegungen sorgen. Das Problem bei der Trendstärke ist nur, es handelt sich um eine Momentaufnahme. Langfristige Aufwärtsbewegungen sind kein Beleg für hohe Werte und da sieht man aber die Trendstabilität soll sich genau um diesen Effekt kümmern. Crowdstrike ist eine sehr trendstabile Aktie, wo man sieht, dass sie über einen längeren Zeitraum auch stärker zulegen kann, das aber mit einer geringen Volatilität. Als Fazit, Trendstärke liefert kurzfristig starke Impulse, Trendstabilität auch über einen längeren Zeitraum anhaltende Aufwärtsbewegungen und ich zeige euch heute wie ihr vor allem trendstabile Aktien finden könnt, wo jetzt gerade wieder positive Nachrichten für neue Impulse sorgen. Dazu gehen wir auf unseren Aktien Screener, der kann ebenso wie das Trading Desk mit dem Abo Börsen Software genutzt werden. Ich kann mich direkt mit dem Cursor über das Traderfox Logo dorthin verlinken lassen, bin hier sofort eingeloggt und kann hier auch ein neues Screening Template anlegen. Hier lassen sich technische fundamentale Kriterien berücksichtigen, abspeichern, um dann auch die tägliche Screening Routine zu beschleunigen. Also ihr habt dann eine Vorlage, die ihr erstellen könnt nach eurem Belieben, um täglich die besten Aktien zu finden. Und da sagen wir heute zum Beispiel einfach mal, wir wollen deutsche Aktien sehen von der zum Beispiel Deutschland Prime TF Liste, wo zum Beispiel Penny Stocks herausgefiltert werden. Und dann bleiben wir auch am US-Markt mit den 2000 Volumen stärksten oder nein, nehmen wir die US-Aktien mit einem Handelsvolumen von größer 10 Millionen rein. Also hier ist auch eine Mehrfachauswahl möglich und dann haben wir schon mal ein Aktienuniversum definiert, das wir beobachten wollen. Jetzt wollen wir eben trendstabile Aktien und diesen Indikator finden wir hier unter der Spalte technisch. Dort können wir nach unten scrollen bis zur Trendstabilität und dort auch nochmal über das Informationssymbol genau ansehen, wie das Ganze berechnet wird. Wie gesagt, hier achten wir jetzt darauf, dass der Trend nicht nur von kurzfristigen positiven Nachrichten getrieben wird, sondern längerfristige positive Entwicklungen vorhanden sind. Also ein anhaltender Anstieg mit geringer Volatilität. Ich wähle mit dem Plus-Symbol diesen Indikator einfach aus und kann dann hier zum Beispiel sagen, dass wir einen Trendstabilitätswert von zumindest 10 haben wollen. Also das sind dann schon überdurchschnittlich hohe Werte, auch im aktuellen Marktumfeld, wie wir gleich sehen werden. Je höher dieser Wert, desto stabiler der Trend auch auf Tagesbasis, also desto besser. Wenn die Treffermenge dann zu gering ist, kann man hier natürlich auch variieren und auch geringere Werte berücksichtigen. Jetzt aber, um das Ganze auch mit positiven Nachrichten zu verbinden, eignet es sich sehr gut, Chart-Signale zu berücksichtigen. Denn Aktien springen ja oft an mit Aufwärts-Gaps, sehen wir jetzt gerade wieder in der Berichtssaison. Heute, Chip-Werte dürften gespielt werden, Arm Holdings zum Beispiel, über 20% nachbörslich zugelegt. Und wir können hier zum Beispiel mit dem Accumulation Day, den wir gleich ganz oben hier finden in der Liste, auch sagen, wir wollen, dass eine solche bedeutende Kursreaktion, also jetzt hier definiert durch einen Kursanstieg auf Tagesbasis von zumindest 5% und auch einem 50% höheren Handelsvolumen auf Sicht der letzten 20 Handelstage. Also höheres Handelsvolumen soll einfach für eine höhere Handelsaktivität, ein höheres Interesse der Investoren sorgen. Und das eben in Verbindung mit einer Aufwärtsbewegung soll eben auch auf positive Nachrichten hinweisen. Und da sagen wir jetzt einfach, Impulse innerhalb der letzten 10 Handelstage wollen wir sehen und das bei trendstabilen Aktien. Und jetzt müssen wir hier nur auf Scannen klicken und bekommen spannende Titel angezeigt. Natürlich sind da jetzt auch viele Aktien dabei, die kurzfristig auch vielleicht schon überkauft sind. Morphosis, okay, da spielt eine Übernahme mit. Wir sehen auch eine super Microcomputer, die jetzt kurzfristig eine Fahnenstange ausbildet und für neue Manöver nicht in Frage kommt. Wir sehen aber auch, wie bei den großen KI-Profiteuren Amazon und Meta-Plattforms zu erkennen ist, dass immer wieder aus stabilen Aufwärtstrends heraus neue Impulse entstehen und dass diese Aktien dann auch in kurzfristige Konsolidierungen übergehen, um diese überkaufte Situation abzubauen mit einer Verschnaufpause, ehe dann der nächste Trendschub einsetzt. Und so wird man dann eben auch vor allem auf die frischen Impulse sehr gut aufmerksam. Man kann hier einerseits mit einem Links-Klick sortieren, nach frischen Impulsen oder eben nach einer möglichst hohen Trendstabilität. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, aktuell ist zum Beispiel eine Convolt Systems. Wir hatten gerade vorhin eine Crowdstrike offen, also generell auch eine Varonis Systems taucht hier auf. Cybersecurity, da fließt weiterhin sehr viel Geld hinein. Die Bedrohungslandschaft verschärft sich, insbesondere auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also da kommen auch die Schattenseiten zum Vorschein. Convolt Systems wirkt hier vielleicht auch kurzfristig wieder ein bisschen überkauft. Aber wenn wir uns hier jetzt das Big Picture ansehen und da klicke ich einfach mal auf den Namen der Aktie drauf, dann kommen wir nämlich zum Trading Desk und können uns das Ganze noch genauer ansehen. Dann sehen wir, dass hier ein ganz bedeutender Big Picture Breakout gerade stattfindet. Die Hochs aus dem Jahr 2013 werden gerade überschritten. Es geht erstmals wieder seit 10 Jahren auf neue Allzeithochs. Hier sehen wir auch sehr schön die Bedeutsamkeit des Breakouts nicht nur durch das Kursverhalten, sondern auch durch den Anstieg dieses erhöhten Handelsvolumens begleitet. Und Convolt ist mehr oder weniger Marktführer im Bereich Datensicherung und Wiederherstellung. Gerade Ransomware-Angriffe nehmen weiter zu. Und da hilft man zum Beispiel auch immer mehr mit künstlicher Intelligenz, die Datenwiederherstellungsprozesse zu automatisieren und bis zu 800% zu beschleunigen. Das ist natürlich ein großes Risiko. Ransomware verschlüsselt die Daten, führt zu Diebstahl oder der ungewünschten Veröffentlichung sensibler Informationen. Daten sind sehr wichtig, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das Marken-Image soll keinen Schaden nehmen. Und Convolt hilft eben, diese Bedrohungen zu erkennen, rasch darauf zu reagieren. Und auch da nimmt die Nachfrage jetzt wieder weiter zu. Man wird also mit diesem Screening auch auf sehr bedeutende Ausbrüche aufmerksam. Wie gesagt, wir finden jetzt mit diesen Parametern etwa 24 Aktien. Wenn ihr da ein wenig herumspielt, könnt ihr auch die Treffermenge natürlich vergrößern. Ihr könnt dann dieses Screening auch immer sofort als Template abspeichern. Einfach hier Speichern als klicken, Namen eingeben. Dann wird dieses Template auch hier im Dropdown-Menü auswählbar. Und ihr könnt hier schnell durchschalten. Ja, alles was ihr braucht, um dieses Screening auch durchführen zu können, ist das Abo zur Börsensoftware. Alle Informationen gibt es wie immer auf unserer Startseite auf Traderfox.com. Die Software ist für 29 Euro im Monat erhältlich. Einige weitere Tools sind da auch noch inkludiert, wozu ich euch Anleitungsvideos in der Beschreibung verlinke. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades.